servus zusammen und wenn wir hier gleichen refus vor den traktor rennt darf ich euch wieder mal recht herzlich willkommen heißen zu einer neuen folge landwirtschaft simulator 22 hier bei mir auf dem kanal ja wir sind wieder auf der map neu mini brunnen unsere alpen map und wir sind jetzt gleich fertig mit dem dreschen mit da oben steht schon wieder hat wieder einen vollen kontakt und hat nicht mehr viel zu fahren aber jetzt habe ich mich ein kleines bisschen verfahren weil ich wollte eigentlich folgendes machen ja das ist immer wenn man mehr gedanken gleichzeitig hat und charlie rennt hier auch rum den wollen wir aber jetzt nicht überfahren denn ich wollte hier eine ladung stroh abkippen hier bei uns im stall das kann nicht schaden wenn wir hier mal zwischendurch was abkippen so denn mittlerweile habe ich mir auch ein bisschen gedanken gemacht wegen unserem drescher mir ist nämlich was aufgefallen und das war's schon mir ist nämlich was aufgefallen wir haben heute morgen gar nicht reingeguckt in den gebraucht waren shop da ist nämlich ein neuer drescher bzw ein anderer eine nummer größer und das würde sich obwohl ich ja ursprünglich gesagt habe dass wir an dem drescher nichts verändern weil damit fünf metern ja eigentlich ganz okay ist damit komme gerade so durch die straßen jetzt schauen wir mal wie weit er hier ist sehr gut dann können wir den gleich hier so abtanken aber ja fünf meter der nächste größe hätte nämlich sechs meter und dann vielleicht doch mit einem schneidwerk wagen vor allen dingen hätte auch deutlich mehr ps ich zeige es euch gleich der deutsch fahrer mein die meisten werden ja logischerweise schon kennen sehr häufig ist das ja der stadt drescher ich habe nämlich gar nicht aufgepasst hier der deutsch fahrer der topliner 52 prozent günstiger für 61 und der hat halt einfach mehr ps wenn wir hier oben reinschauen so da ist unser der nova der hat 175 und der kollega 310 und hier auf dieser map natürlich hier mit den steigungen und so weiter da wäre das vielleicht nicht verkehrt und wenn man eben auch sieht was da dazugehört dann haben wir hier auf jeden fall einen meter mehr schneidbreite hier für das normale schneidwerk dann gibt es hier dann den kleinen anhänger und mit dem kommt man eigentlich auch verhältnismäßig gut um die kurven rum und da haben wir dann sechs meter auch für das mais gebiss und wenn wir uns den anschauen auch da und wir wollen da wirklich mal in den mais gehen also mit drei meter 40 brauchen wir eigentlich nicht anfangen ich denke das sollten wir tun und wir schauen noch mal kurz rein 40.000 und was würde unser schneidwerk 13.000 ja ein bisschen was drauflegen aber wir könnten dann halt sofort hier auch diverse nach wo sind sie hier sind sie aufträge machen weil es gibt jede menge ernte aufträge und da ist er ja auch der deutschfahrer hier sind noch mal da ist da ist ein großer entfänden quatsch ist es nicht das ist ein johnny und da haben wir ihn noch mal da haben wir noch mal also der würde eigentlich auch ganz gut auf die map passen und dann könnte mir diese aufträge machen und relativ denke schnell auch ein bisschen den kaufpreis würde sich doch etwas amortisieren so der kollege fährt hier noch einmal das letzte mal in die kurve so also wie gesagt das würde mich jetzt dann doch darauf hätte ich eigentlich lust und dass wir uns den deutschfahr holen so jetzt hier um die kurve rum knoppt drücken so den habe ich nämlich vergessen unsere kleine zeitschaltuhr ja also wie gesagt das war so eine überlegung die ich hier zwischen den folgen jetzt gemacht habe und das werden wir auf jeden fall machen wenn er da oben fertig ist dann haben wir auf jeden fall gleich einen drescher für die ernte aufträgen und dann schauen wir uns mal an was mit einer nähe haben beim shop dann bringen wir den nämlich gleich so wie er ist zum shop und verkaufen ihn so jetzt müsste er gleich fertig sein mit dem fahren wir mal hier an das feld vorbei gut weil dann können wir nämlich da drüben gleich den weg runter fahren richtung shop hat er mit einem buschen was stehen lassen weil den schneidwerk wagen haben wir ja nicht für den so ich hoffe wir kriegen den auch leer aber das sollte glaube ich nicht das problem sein so wie ich das sehe sehr gut tja dann werden wir ihn mal veräußern gehen nichtsdestoweniger hat er uns ja gute dienste gemacht oder gegeben gute dienste bereitet aber man sollte auch immer bereit sein sich zu verbessern und ich denke mit sechs metern haben wir auf jeden fall gleich mal wieder eine größere breite und können dann auf jeden fall besser hier handwerken das ist auf jeden fall nicht verkehrt vor allem wenn wir dann in das thema mais einsteigen natürlich hier wird es dann eng hier kommen wir natürlich mit dem fünf meter teil gut durch so wir machen hier wieder die rundum kennen leuchte an aber dann werden wir auch definitiv natürlich mit schneidwerk wagen arbeiten jetzt muss uns ein anderer entgegen kommen kommt der vorbei ja der kommt gerade so vorbei und bremst natürlich wenn er neben uns steht anstatt vorher so da ist ein schild ein verkehrsschild okay ich hoffe er biegt natürlich nicht rechts ab er biegt links ab und er er biegt auch nicht ab danke vielen dank so ja kein kratzer in den lack machen so kommt von unten was nein da kommt nichts dann doch da kommt einer ist klar ist klar so okay wir fahren hinten rein ich meine wofür haben wir eigentlich die rundum kennen leuchten an die jungs sollten da ein bisschen vorsichtiger zugange sein wenn die doch hier so was sehen so schranke gehe auf bin ich ja auch in der ersten folge ein bisschen auf die nase gefallen weil die schranke zu war und ich dachte die geht erst auf wenn ihr der shop aufmacht es gibt ja maps da ist dann die schranke zu nachts und geht erst praktisch auf wenn eben der shop öffnet so was weiß ich von sieben bis 19 uhr oder wie auch immer so dann schauen wir mal also wir kriegen 14.000 und da kriegen wir 44 das sind also knapp 59 und weg damit verkaufen verkaufen so und dann werden wir kaufen den kollegen ok reifenvariante breit brauchen wir das nö so aber kennzeichen ändern typ 4 so f r nee da s c und jetzt machen wir keine ahnung 19 werden wir definitiv nicht haben ok so dann kaufen wir das teil dann brauchen wir jetzt natürlich ein schneidwerk das ist dieses so und dann werden wir glaube ich auch gleich Augenblick den kollegen ja gut für tausend also stopp mal brauchen wir auch ein kennzeichen ok typ 4 f r s so und dann nehmen wir da die 18 oder ja ok und gekauft so da haben wir jetzt das material doch hoffentlich stehen sehr schön und dann packen wir das mal hier zusammen den guten top liner hat natürlich auch die doppelte menge an kapazität also ich glaube 8600 und der rostelmash hatte ja nur 4100 da war natürlich der tank auch immer ratzfatz voll den mussten wir auch viel häufiger ja ist klar nee jetzt steht natürlich wieder hier das seliermittel das ist aber auch echt merkwürdig auf jeder an jeder folge beziehungsweise auf jeder map steht das seliermittel immer im weg aber da kenne ich jetzt gar nichts so huch ah ja oh das passt gerade nein das passt überhaupt nicht ah sehr schön das ist großzügig danke so und dann schauen wir doch gleich mal welchen ernteauftrag wir hier machen können werden wir hier das ganze hier mal zusammen basteln na komm danke ja also so schlecht ist es doch nicht oder dann machen wir doch gleich mal ein thumbnail für die arnengalerie zack gut und ja ihn hier erstmal ausschalten weil den hier müssen wir jetzt erstmal wegbringen damit sonst haben wir ja keinen abfahrer sauber sauber ja dann haben wir ja wieder mal richtig was hier gemacht hier in der folge wieder mal richtig geld ausgegeben ich glaube wir hatten vorher 140 jetzt sind wir bei 109 aber nun gut dafür können wir uns ja auch ein bisschen verbessern werden jetzt ein paar ernteaufträge machen da gibt es ja dann auch nochmal für die ernte noch ein paar prozent und dann schauen wir einfach mal dass wir da noch 20.000 vielleicht 20.000 ist vielleicht ein bisschen übertrieben aber 12.000 bis 15.000 vielleicht machen denn ansonsten haben wir ja jetzt in diesem monat nicht ganz so viel zu tun und ein bisschen feldarbeit hier das können wir ja nebenher machen so und ansehen werden wir ja diesen monat wenn ich richtig weiß ja auch nichts oder nee das ist erst nächsten monat im august so mähen zu mähen gibt es auch nichts nein also ich bin der meinung das würde so passen aber wenn ihr unbedingt gucken wollt dann machen wir das äh hier nee nee also diesen monat saatzeit erst im august das heißt wir können uns jetzt im juli voll und ganz auf diese sachen hier konzentrieren und da schauen wir mal hier rüber wo denn jetzt erntereif ist da haben wir doch gleich hier das feld 20 24 oh 26 ist natürlich ein schön großes feld das wird bestimmt das feld gewesen sein wo man den johnny einsetzt ansonsten die 6 da drüben wäre ja sozusagen gleich um die ecke und die drei also hier gibt es jede menge material schauen wir mal die 20 und die 24 ja da können wir nämlich hier reinstechen 20 und 24 da müssen wir dann wieder natürlich hier oben rüber fahren aber die 20 was ist denn 20 20 ja klar 26 ist hier mit johnny 20 ist raps und zur ölmühle das würde ich doch sagen das machen wir vertrag akzeptieren das sind wir doch einfach mal so und das mit dem ballen pressen das wollte ich auf jeden fall auch machen wo ist denn nochmal feld 17 ist das da drüben nee das ist dieses große ah ja okay das machen wir auch gut da werden wir uns aber die geräte ausleihen ja 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 10.000 für 535 werden wir uns da die geräte ausleihen zack genau dann haben wir auf jeden fall wieder ein bisschen was zu tun das ist gut so dann fahren wir mit ihm erst mal hier raus oh da ist jetzt still überall da ist alles voll hier ne so dann fahren wir hier erst mal raus ohne über unseres lehrmittel zu fahren komm geh auf schranke und jetzt wieder rum so schneller ist er nicht fährt auch nur 20 kmh so dann können wir hier gerade ausfahren glaube ich ein verkehr ist ja fast wie im richtigen leben so ein bisschen gucken wie breiter ist okay okay so passt das ja so passt das und hier ich mich da ein bisschen vorne hier an der Schnauze wenn die linke Kante noch über weiß geht dann ist gut so jetzt müssten wir hier vorne links abbiegen können dann können wir da in den Feldweg rein ups da sind wir jetzt dann doch einen Bordstein hochgefahren glaube ich und da vorne ist das Feld und da kann der natürlich auch deutlich länger fahren mit dem Tank mit dem doppelt so großen Korntank da müssen wir den nicht so häufig ähm abtanken ja komm spute dich hinweg mit dir geschwind so wo packen wir denn jetzt unseren Schneidwerkwagen hin ja das ist jetzt natürlich alles so nicht ja wo packen wir denn jetzt den Schneidwerkwagen hin ja hilft nix wir werden da ein kleines bisschen ins Feld reinfahren äh ja das ist die richtige Seite zack kommen wir doch vorbei oder ja das ist ja wieder ein ja das reicht nicht gut zack so den müssen wir bestimmt aufklappen oder ja den muss man aufklappen so was war's raps das heißt da haben wir ja keinen Auswurf so dann fahren wir mal hier rein sehr schön wir könnten eigentlich die Rundumleuchte ja ok so ok kommt schon wieder ein angesportet 600 ja der hat ja dann wie gesagt der ist jetzt bei 7% und der andere wäre da schon bei 25 höchstwahrscheinlich der Topliner von Deutz Herz aller Liebst so dann einmal rum oh haben wir da gerade ein bisschen Gras mit gemäht oder ja da können wir auf jeden Fall jede Menge Ernteaufträge machen da hat es jetzt jede Menge Felder die erntereif sind und das Geld werden wir uns denke ich auf jeden Fall hier einkassieren so dann jetzt hier rum ja modernste Technik in diesem Fahrzeug immerhin eine Rückfahrkamera so wie es aussieht so aber da können wir dann mit dem Abfahrer auch reinfahren das ist schon mal gut da haben wir keinen ganz so großen Umweg so ja und da sind sie wieder aus dem Maisfeld kommen sie gesprungen so so er ist bei 37% das heißt er kann ja einige Bahnen noch fahren sehr schön dann können wir in der Zwischenzeit dann können wir in der Zwischenzeit nämlich schon mal anfangen hier zu sortieren also der Kollege hier der Big der Krone Big M so den werden wir erstmal wegstellen jetzt muss ich aber mal überlegen wir müssen doch nur Gras machen dann brauchen wir doch eigentlich das Schwadteil nicht einen Schwader brauchen wir doch gar nicht oder wir schauen mal kurz rein wir müssen nur Gras machen kein Heu so Ballen pressen genau presst das Gras zu Ballen und wickel es ein um Silageballen zu erhalten ja und das macht ja hier der Kollege der sammelt wickelt und macht und tut und dann brauchen wir ja den hier gar nicht diesen großen schönen Schwader der kostet glaube ich richtig Asche den Kuhn hier den brauchen wir gar nicht weil unser Krone der kann ja eine Schwaderplage machen so okay dann bringen wir den jetzt zu Feld Nummer 17 schalten wir auch die Rundumkennleuchter an so mal kurz schauen rechts ist frei links ist rechts war frei irgendwie kam ja ist klar jetzt wo ich fahre willst du auch fahren so ihr blendet es aber auch ganz schön hier innen drin durch die Rundumkennleuchte so dann würde ich doch sagen dann stoßen wir hier mal zum Feld bringen hier die Sachen soweit an den Start jetzt ist hier wieder Betrieb ich will hier rechts gut so und der Kollege fährt hier gerade lang sehr schön Feld Nummer 17 jetzt überlege ich gerade ich glaube da müssen wir da vorne rechts fahren müssen wir da vorne rechts fahren jetzt sagt doch auch mal was ja wir müssen glaube ich rechts fahren sehr gut dann können wir nämlich dann mit dem Ballenwickler und dann das Ganze einsammeln und dann wie gesagt bin ich mal gespannt was passiert ob wir hier dasselbe Phänomen mit den Ballen haben auf diesem Sammelwagen wie auf der anderen Map auf unserer wunderschönen Neubartelshagen und dem Big Farm Projekt so hier haben wir doch Feld Nummer gedingsen gedönsen Palabra aber da ist keine Feldeinfahrt deswegen fahren wir mal hier hoch ich glaube oben ist die Feldeinfahrt der hat ja richtig Speed hier dann merkt man halt sofort dass der richtig PS hat da können wir natürlich wunderbar hier hochfahren das war glaube ich jedes Feld haben wir schon mal gemäht und mit unseren eigenen Gerätschaften und mit dem Lambo und da haben wir uns ja echt ganz schön hochgekämpft wenn ich mich noch richtig erinnere so sehr schön den stellen wir jetzt erstmal hier ab und werden uns jetzt um unseren Abfahrer kümmern und den zum Feld bringen so da lief wohl anscheinend die ganze Zeit der Motor so dann fahren wir da drüben zum Hof raus bringen den zu unserem Deutzfahrer und Charlie läuft da und passt auf dass auch nichts abhanden kommt so wie sieht es aus kommt von links was nein so da kommt auch nichts bitte sehr Madame Badeschlappen nee so ja da werden wir jetzt richtig ein paar Aufträge machen und hoffentlich dadurch richtig ein bisschen Geld verdienen denn das Erntegut wird ja alles erst wieder im Winter verkauft und dann kommt erst Kohle rein aber wir haben jede Menge Milch habe ich auch schon gesehen so jetzt wo war die die nächste links ja hier ist das Feld hier geht es rein so sehr schön 80% stopp mal zack dann tanken wir dich jetzt schon mal ab so dann tanken wir dich schon mal ab kann ja nicht schaden und während er jetzt hier das Erntegut überlädt darf ich mich wieder mal recht herzlich bei euch bedanken für die Aufmerksamkeit für die Zeit hoffe das Video hat euch wieder mal ein bisschen Spaß gemacht und unterhalten ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen und wieder mal bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss Ciao Cheerio euer Baden Farmer zu b b und b b b b b Vielen Dank.